So, Manja, bleib mal schön hier. Ich hatte ein paar Fragen zur Geschichte dieses Orts. Aus was wurde dieser Ort gebaut? Ja, okay. Warum haben sie die Bombe nicht woanders hingebracht? Einige wollten die Bombe loswerden. Die Kirche des Atoms war da noch neu. Wir brauchten ihre Hilfe beim Bau der Mauern und beseitigen der Trümmer. Wenn wir versucht hätten, die Bombe wegzuschaffen, hätten sie uns nicht geholfen. Außerdem wollten viele Leute die Bombe einfach in Ruhe lassen. Sie tat niemandem weh und niemand konnte sagen, was passiert, wenn wir es vermasseln. Ein Haufen Teile für nur eine Maschine. Gutes Auge. Ja, stimmt genau. Einige meinen, von hier gab es eine Flugstation. Bis auf die Flugzeuge wurde alles geplündert. Mein Papa hat einige Leute, die da rausgehen, die Maschinen auseinandernehmen und die nützlichen Teile zurückschleppen. Habe ich auch schon gemacht. Man kann gar nicht mehr erkennen, wo die Flugstation mal war. Das Ödland hat sie zurückerobert. Warum die Wände aus einer alten Flugmaschine bauen? Es ist viel einfacher, als genug Teile zum Bauen von Mauern und Häusern aus Rhein gar nichts zu finden. Der Schrott war da, also verwenden wir ihn. Außerdem ist das stabil. Das hält die Raiders und Sandstürme draußen. Nicht alle von uns hatten das Glück, in einer Vault geboren zu werden. Ich hätte noch eine Frage über Megaton. Woraus mit der Frage? Wie wurde die Stadt gegründet? Ursprünglich war die Stadt mal ein Loch im Boden. Mein Papa erzählt immer, dass sich sein Vater und die ersten Siedler im Krater versteckt haben. Das Wrack schützte sie vor Sandstürmen. Als wieder Normalität einkehrte, und die Leute sich in die Wüste aufmachten, blieben einige hier zurück. Die Umherziehenden kamen zurück, um Handel zu treiben. Als mein Papa geboren wurde, war die Stadt schon zu einem Handelszentrum geworden. Durch die Karawanenrouten wurde mein Papa reich und überzeugte schließlich die anderen, dass Mauern gebaut werden müssen, um die Raiders fernzuhalten. Warum wohnen diese Mauern errichtet? Hä, das hat sie doch gerade erklärt. Die Mauern sind vor allem wegen der Raiders. Als die Stadt groß genug war, haben sie gewartet, bis die Händler weg waren und uns dann fertig gemacht. Die Mauern schützen auch vor Supermutanten. Ein ganz anderes Problem. Sie könnten uns auch umbringen, aber meistens verschleppen sie die Leute. Am Ende hat mein Vater was unternommen. Er und ein paar andere haben die Händler und Einwohner organisiert und die Mauern gebaut. Jetzt sind wir recht sicher. Trotzdem wünschte ich, die stählerne Bruderschaft hält's einfacher. Sie haben wirklich viele Angreifer zurückgedrängt. Am Anfang war es also nur eine Ansammlung von Händlern. Nein. Zuerst lebten hier Leute, die in die Vault wollten. Leute, die die Bombe verehrten und ein paar andere Flüchtlinge. Dann kamen die Händler. Jetzt kümmern sich die Karawanen um den Großteil des Handels aber davor fand alles in Megaton statt. Ich habe mit meinem Vater eine Weile in den Karawanen gearbeitet. Dort habe ich diesen wertlosen Schlafsack getroffen, der jetzt mein Mann ist. Kann man denn im Megaton leben? Nein. Der Platz ist zu knapp. Sehen Sie all die Leute? Sie leben im Haus der Gemeinschaft und sind keine richtigen Einwohner. Fremde werden hier gut beobachtet. Ich kann einen Raiderspion auf 100 Meter Entfernung erkennen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber wenn sich die anderen mit Besprechungen und Abstimmungen wohler fühlen, bitte sehr. Das war genug Geschichtsunterricht. Wenn Sie das sagen. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich wurde hier geboren, genau wie mein Papa. Eine Weile habe ich ihm beim Sammeln geholfen und später mit seiner Karawane. Aber durchs Hütland zu latschen ist nur etwas für junge Leute. Nachdem ich Nathan getroffen hatte, wollte ich nicht mehr so viel herumreisen. Wo sind alle die anderen hergekommen? Sie kommen von überall her. Die Stahlfamilie ist irgendwo im Osten aufgewachsen. Lucy kommt aus einer kleinen Siedlung im Norden. Billy redet nicht darüber, wo er herkommt. Doc Church lebte mal in Ribbit City. Jericho? Naja, sagen wir mal, dass sich die Menschen ändern. Hoffe ich jedenfalls. Na, wir wissen ja, dass der Doc Church gar nicht aus Ribbit City kommt. Wer hat hier in der Gegend das Sagen? Genau genommen hat hier keiner das Sagen. Aber man kann keine zwei Leute in einen Raum backen, ohne dass einer versucht, den anderen zu kontrollieren. Es hängt allerdings davon ab, wen man fragt. Lucas Sims hat sich selbst zum Sheriff ernannt. Er wirft jeden raus, der zu viel Ärger macht. Colin Moriarty gehört fast alles andere. Hier passiert nicht viel, über das er nicht Bescheid weiß oder das er nicht selbst plant. Erzählen Sie mir von Colin Moriarty. Dieser Mann ist der Abschaum der Erde. Er sorgt dafür, dass die Trinker hier immer im Alkohol schwimmen. Die arme Nova hat was Besseres verdient. Und fragen Sie mich besser nicht, wie er Gorb behandelt. Nur weil der Junge tot aussieht, muss man noch lange nicht so mit ihm umsprengen. Dieser Mann hat seine Finger hier überall drin. Lassen Sie bloß auf, was Sie über ihn sagen. Er hört alles. Erzählen Sie mir über Lucas Sims. Er versucht hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Vergebliche Liebesmüh, aber ich respektiere ihn. Anscheinend kann er die Leute für sich gewinnen. Mit Ausnahme dieser seltsamen Cowboy-Nummer habe ich an ihm nichts auszusetzen. Ich glaube, ich verstehe, worum es geht. Wollen Sie noch was wissen? Ich möchte nicht mehr über Megaton sprechen. Sie können jederzeit wiederkommen, wenn Sie noch mehr erfahren wollen. Was gibt's Neues in der Stadt? Heutzutage mache ich mir in der Stadt nur über eine Sache Sorgen, was mein verdammter, blöder Mann wieder anstellt. Er wandert Tag und Nacht hier herum, predigt über die Enklave und versucht, an Teile für seine Knarren zu kommen. Ich weiß nicht, wer der größere Narr ist. Er oder ich. Schließlich habe ich ihn ja geheiratet. So, das war's auch schon. Schicken Sie Nathan nach Hause, wenn Sie ihn sehen. Ah ja. So. Das ist ihre Wohnung. Dann schmuggeln wir uns mal da rein. Vorsichtig. Ja, sieht sehr gut aus. Schnell alles aufsammeln, was wir hier finden. Weil in der Regel kommt sie sehr schnell hinterher. Ah gut, okay. Okay, wir müssen... Oh. Müssen wir hochleveln? Ich mach's mal auf 20. Und wir müssen Sprengstoff halt hochmachen. Was waren das? 25? Ich glaub 25, genau. 10 Punkte. Ah, zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, mich nervt das, dass wir für sowas Punkte verbrauchen müssen. Was ich aber auch noch unbedingt brauche, ist noch sowas wie Schleichen. Bin ich nur so schlecht. Aber Sprache ist noch am allerwichtigsten. Also schön Sprache hochmachen. Okay, dann mal gucken, was wir jetzt hier finden. Tja, intensives Training wäre jetzt, glaub ich, angebracht, weil alles andere bringt nämlich gar nichts. Ja. Weil erst später kommen die besseren Sachen. Also intensives Training. Was erhöhen wir denn da? Beweglichkeit wäre jetzt ganz gut, weil wir nämlich ganz schön lahmarschig sind. Stärke wäre vielleicht aber auch nicht übel. Da krieg ich nur von da eins und da. Obwohl, das lasse ich vielleicht nochmal. Ich wusste jetzt nicht, ob ich Charisma hätte. Ach, verdammt, verdammt, verdammt. Mich stört die Beweglichkeit eigentlich. Ziemlich langsam. Gut. Gucken wir uns mal weiter um. Hier ist nur ein bisschen was zum Fratzen. Das war's auch schon. Gehen wir mal raus, bevor wir ärgern können von ihr. Hier ist noch die Damen-Toilette. Oh, oh. Oh, unser Scotch lässt nach. Wie ihr seht, ist das Wasser hier nicht... Obwohl es geht eigentlich. Aus dem Waschbecken geht's noch. Das sind bloß drei Rad. Oder drei RAD. Ich sag mal Rad dazu. Die, ähm... wir dadurch bekommen. Also ist das noch ganz in Ordnung. Das ist Jericho's, oder? Ich weiß nicht, ist Jericho jetzt nach Hause gegangen? Das ist jetzt natürlich... Naja, wohl gefährlich ist es nicht. Der wird mich ja nicht gleich töten wollen. Wenn ich dann eigentlich echt Pech, dann muss ich hier wegrennen. So schnell wie möglich. Ah, er ist nicht da. Gut. Rein theoretisch... Oh, hier ganz wichtig. Grocknack der Barbar. Ein Heft. Leider alles sehr sinnlose Sachen bisher. Eine 10mm-Pistole nehmen wir. Was haben wir hier noch? Brauchen wir nicht. Was haben wir? Einen Schrank. Haarklammern. Sehr wichtig. Ah, Whisky nehmen wir auch nochmal mit. Wir haben hier... Komm, noch Whisky. Ach komm, wir nehmen die Teddybären auch mit, weil Spielsachen werden nämlich später wichtig nochmal. Und das Schwert nehmen wir auch noch mit. Ich bin schon überlastet. Verdammt. Es sieht immer so aus, als... Ich dachte immer, ich höre da noch jemand. Ich bin der Meinung, hier sind aber noch mehr Sachen. Ne. Okay. Oh, verdammt. Warum bin ich denn jetzt schon wieder so voll? Erstmal das hier aktivieren. Genau. Nahkampf plus 1. Bekleidung. Ja, wir haben halt so viel Bekleidung noch. Man kann hier nur streparieren. Das bringt mir alles nichts. Ups. Das bringt nichts. Ups. Das hat echt ausgereicht. Rutschneider raus. Hier ist unsere spätere Wohnung. Hier kommen wir noch nicht rein. Brauchen wir auch noch nicht. So, wenn wir schon hier sind, gucken wir mal. Hier ist ein Lag, den wir reparieren sollten. Ah, 30! Das ist doch nicht wahr. Da muss ich ja noch... Da muss ich noch ein Level schaffen. Wir haben übrigens eine neue Waffe... Nahkampfwaffe, die ist eigentlich... Ups. Nein. Gib mir da mal. Danke. Das Schwert ist nämlich besser. Oder? Nein. Toll. Erstmal kann ich hier noch ein bisschen was reparieren. Das macht zwar nicht viel Sinn, das so zu machen, jetzt, was ich mache. Aber es spart Platz. Dadurch sind die Sachen mehr wert. Aber eigentlich bringen sie einzeln mehr was. So, das Schwert ist noch nicht so viel wert. Wir reden mal mit. Ich behalte sie im Auge. Tun sie nichts Unüberlegtes. Genau. Das hier müssen wir später unbedingt machen. Aber ich will es jetzt noch nicht machen, weil ich noch keine gute Waffe habe, um den Typen umzunieten. Ähm, wenn man mal schärfen kann. Ich muss mal wieder los. Okay. Okay. Achso. Ah, schnell, 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 schnell. Ich will mal eben nachgucken, ob ich bei ihnen rein kann. Es gibt irgendeinen Zeitpunkt, wo ich legal bei ihnen in die Wohnung darf. Natürlich immer noch nicht. Ich weiß nicht, welcher Zeitpunkt das war. Oder komme ich hier eigentlich hoch? Ne, weil es ist so, kann ich nicht springen. Ich kann ja fast gar nicht springen. So, hier ist die Wasseraufbereitungsanlage. Ach, Brennan. Ja, warum denn? Hören wir mal mit, Leo Stahl. Wie ich sehe, haben sie ein ziemliches Drogenproblem. Verdammt. Wer hat ihnen gesagt? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wovon sie da reden. Hey, ist schon okay, Leo. Ich möchte ihnen helfen. Was ist ihnen wert, die Angelegenheit geheim zu halten? Das kann man auch machen. Dann gibt es uns tatsächlich was. Ist egal, Leo. Das ist sowieso nichts. Da ist sowieso nichts. Das geht mir sowieso nichts an. Ne, ne. Sie wollen helfen? Was soll denn das heißen? Ich bin eben ein Junkie. Na und? Ich tue doch niemandem weh. Ja, wir können ihnen schon überreden. Sie schaden ihrer Familie, Leo. Sie bedeuten Jenny und Andy Stahl sehr viel. Genau so sieht es aus. Sie haben wohl recht. Ich muss ihnen von meinem Problem erzählen, oder? Ja, ich denke mal schon. Wäre ja keine schlechte Idee. Ich könnte es ihnen erzählen. Nö. Ist egal, Leo. Ne, ne, ne. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe sie jahrelang beide bestohlen, um an Drogen zu kommen. Wo soll ich denn anfangen? Ich finde eine Lösung. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ausgerechnet Sie haben mir gezeigt, was für ein Esel ich gewesen bin. Hier, dieser Schlüssel ist für mein Geheimversteck in der Wasseraufbereitungsanlage. Nehmen Sie das Zeug, verkaufen oder verbrennen Sie es. Mir egal. Sehr schön. Und wir haben wieder Karma dazu bekommen. Natürlich nehmen wir die Vorräte mit. Sie haben die richtige Wahl getroffen. Es wird schwer, aber ich gebe mein Bestes. Doch mal Karma. Wie sieht es mit der Abhängigkeit aus? Ich bin auch am Anfang. Aber soweit ist alles okay. Also, was machen Sie hier drin? Brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil wir wissen, dass er hier seine Drogen versteckt hat. Oh, sehr schön. Buff out. Jet. Kohle. MedX. Mantis. Psycho. Stimpax. Perfekt. Alles für den Anfang. Was haben wir denn hier drin? Darf ich jetzt natürlich nichts nehmen, sonst kriegt er gleich einen Rappel. Das ist jetzt nichts weiter. Okay, gut. Wir haben schon mal eine, sozusagen eine Mission geschafft. Ihnen zu helfen. Crater-Side ist wie immer noch zu. Äh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Da oben. Ja, ja, ich weiß. Achso, Restropped wieder. Gut. Wir haben ja einige Quests noch offen. Ich würde gerne erstmal was verkaufen. Und gleichzeitig nochmal eine Quest von ihr hier annehmen. Also, was machen wir? Wir... Ja, doch. Wir warten. Wegen der... Ich brauche ja noch eine Waffe. Ach, Mann. Ich glaube... In 11 Uhr oder so macht sie auf. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich glaube ich schon. Nein. War das um 9 Uhr? Ja, ich glaube um 9 Uhr. Ja, genau. Ja, schön. Das war der kleine Sohn von Lucas Sims. Mit kleinen Kindern können wir ihn auch nicht richtig reden. Da fehlt uns noch was später. Das ist wohl der Söldner, von dem uns erzählt wurde. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Und da ist Moira Brown. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Verrückt. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Crater-Side-Lagerraum. Aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Wo ist der Vaultanzug da hinten her? Den sehen wir noch nicht mal gerade. Nein, ich will nichts mehr mit Ihnen zu tun haben. Nein, nein, wir helfen Ihnen. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen. Oder was auch immer Sie erzählen wollen. Es war das Paradies. Keine Angst, keine Sorgen, kein Streit, bis Papa weg war. Das klingt so blöd. Das draußen ist super. Im Hauptsaal kann ich nicht mal... Was? Kann ich nicht mal die Decke sehen? Das ist blöd. Ich komme als Botschafter der Utopia aus Vault 101. Fallet auf die Knie. Das können wir später nochmal irgendwo sagen. Wie können die Leute hier draußen leben? Ich habe noch keinen Essensautomaten gesehen. Na ja, es ist nicht immer einfacher, Lebensmittel zu finden. Und gutes Wasser ist noch seltener. Aber mit der Zeit kommt jeder dahinter. Hier, nehmen Sie den gepanzerten Anzug. Er wird zwar Ihren Hunger nicht stillen, Sie aber davor schützen, selbst gefressen zu werden. Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Was ist das für ein Buch, an dem Sie arbeiten? Oder Bezahlung? Welche Art von Bezahlung? Welche Art von Arbeit? Ja, genau. Nun, es geht um Strahlung, Tests einer experimentellen Vorrichtung und, ich will ehrlich sein, etwas Recherche und solche Sachen. Bezahlen kann ich mit Kronkorken, Medikamenten und vielleicht sogar ein paar dieser einzigartigen Erfindungen. Wenn sie gut sind. Interessiert? Hört sich gut an. Dann erzählen Sie mir mehr. Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster. Stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien Sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Hört sich nach einer guten Idee an. Ich helfe gerne. Okay, ich glaube, ich kann mit diesem Überlebenshandbuch helfen. Ich würde gerne noch mehr über die Bezahlung in Erfahrung bringen. Nee, das erzählt uns das Gleiche. Ich muss wohl ablehnen. Tut mir leid. Sicher nicht verrücktes, Frau Leine. Ich spiele sicher nicht ihr Laborrat. Na wieso, bis jetzt klingt es ja alles ganz gut. Was für ein Enthusiasmus. Also gut, ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglich lauernden Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen. Wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Uh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Ich denke mal, Essen holen klingt nicht schlecht. Was brauchen sie denn? Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann. Richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Okay, ich sehe einen Super-Duper-Markt nach. Wie sieht die Bezahlung aus? Ich glaube nicht, dass sie... Hoffentlich finden sie Lebensmittel und Medizin. Aber ich kann ihnen auch anbieten, unabhängig vom Resultat, mit noch mehr Lebensmitteln zu bezahlen. Während sie weg sind, kann ich unter meinem ganzen Kram nachsehen, ob ich etwas habe, das alte Lebensmittel aufpeppt. Ja, das sehe ich auch so. Okay, ich sehe einen Super-Duper-Markt nach. Lebensmittel sind das Wichtigste. Aber Medikamente wären auch nicht schlecht. Und wenn sie nichts finden, kommen sie zumindest heil zurück. Okay? Ach so, genau, wie wir dann kommen. Das müssen wir auch noch... Da lesen wir uns das mal durch. Viel Glück bei ihrer Feldforschung. Ich bin schon wieder überlastet. Toll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020